hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu captain of industries ja wir haben letztes jahr mal mit der holzkohle nicht holzkohle produktion sondern mit der hackschnitzel produktion begonnen um zu schauen wie viel brauchen wir um unsere energie produktion nachhaltig umzubauen und kohle somit zu sparen wir sehen gerade dass dieser wald ich glaube funktionieren könnte aber es auch sehr lang dauert also wir sehen schon wie es ausschaut ich glaube fast überall nachgepflanzt schon hier noch nicht so ganz aber große teile sind schon nachgepflanzt hier schaut es gut aus dass die bäume fast ausgewachsen sind die bäume kann ich leider nicht anklicken der bereich ist gleich wieder nachgewachsen wir werden im langen und long run test mal sehen ob es funktioniert oder nicht ich habe bloß bemerkt der hier ist festgelegt auf kohle deswegen ist noch gar nichts losgelaufen jetzt stellen wir mal auf hackschnitzel um und dann sollte sich das in kürze anpassen er 1300 aktuell drin und hier das ding ist fast voll jetzt schauen wir mal was passiert wir laufen jetzt offiziell das erste mal nicht mehr auf kohle sondern auf abgasen natürlich auch eine sehr interessante variante schauen wir mal wie gut das funktioniert der zwischentank ist voll bedeutet der sollte auf jeden fall von der seite aus nicht in probleme geraten wenn es funktioniert heißt es wir brauchen jedes mal so eine fläche um ein antriebwerk für 20 megawatt zu betreiben ist natürlich eine herausforderung oder 20 oder 30 megawatt ich bin mir gar nicht mehr warte mal du machst 6 meter watt du machst 12 18 26 36 megawatt machen wir damit oder ich gehe zu blöd 36 auf 12 36 machen wir 36 megawatt pro anlage die produktionskapazität ist doch höher wenn der hier alleine 6 megawatt 12 megawatt ah nee warte mal ich bin dumm warte oh gott ok 30 megawatt jetzt war ich echt ganz kurz los das passt weil die waren 18 und der ist genau gut wir laufen jetzt auf der anlage fürs erste es könnte eine sehr spannende sache werden bin gespannt wie gut das funktioniert das lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen laufen wir werden es merken wenn hier das auf 30 runter sinken anfängt da kommt der bagger wieder den ich vorhin kurz weggeschickt habe wo fährt denn der genau hin ich gebe dir ein neues ziel du bist auf kohle eigentlich angesetzt deswegen sollst du mal auf kohle gehen die zwei sollen sich wieder um kohlekümmern anfangen während die hier den berg ausgraben anfangen ich finde es auch interessant dass sie hier hinten rumgraben aber sollen sie halt die haben jetzt eh schon relativ viel freigegraben und die fläche hier wird auch immer schön größer sie warten im grunde ja eh nur auf die ablösung von den kollegen die die aktuelle kohle mine betreiben und jetzt halt noch die reste der mine abfahren anzugraben weil ich würde hier gerne doch schon relativ genau vorgehen sie werden jetzt auch mal hier nach unten gehen anfangen und die reste abgraben die hier drin sind da kümmert sich gleich er drum wenn sie die 1-2 Gramm hier oben von der kohle noch abgraben anfangen schau wie gut das funktioniert aber ich will halt jetzt nicht dann am ende wieder was ich würde gerne es einfach leer räumen dann ist alles gut und dann haben wir es geschafft ich bin außerdem gespannt ob jetzt die qualität der kamera besser ist bzw. die zeitunterschiede denn sie ist jetzt direkt mit dem pc verbunden ich habe das handy auf entwickelermodus gesetzt und auf usb debugging und alles dass halt ich eine direkte kabelverbindung herstellen kann ich verbrauche zwar jetzt aktuell sehr viel akku ich hoffe mal dass ich das wenn ich das gerät dann ins standby setze wieder in verfügen kriege damit ich das nicht dauernd abstecken muss aber fürs erste scheint es gut zu laufen außerdem habe ich hier das ding hier wieder gefunden das habe ich mir vor ewigkeiten mal fürs let's play gekauft ist ein mix board eigentlich bzw. halt ein ich finde leise board glaube ich von behringer auf jeden fall das ist ein preamp board so schaut es aus da kann ich nicht die low, die mid und die high anpassen und ich muss mal schauen ich muss das stromkabel wieder finden weil ich das habe ich verloren das ist kein standard ding ähm und dann will ich das wieder in einsatz bringen und zwischenhängen weil dann könnte ich rein theoretisch wahrscheinlich vermutlich mit dem gerät wieder den sound ein bisschen anpassen damit die stimme sich wieder anders anhört dann fehlt mir rein theoretisch noch ein kompressor oder sowas und dann sind wir ganz gut dabei sind wir gut dabei dann sollte sich mein sound auch noch ein bisschen verbessern erscheint jetzt sind sie hier schon durch aber ich glaube ich musste gar nicht so tief das ist wirklich nur eine höhe wie sie aussieht das probieren wir gleich nochmal daneben aber wenn es nur eine ebene ist dann werde ich dann darauf bestehen dass wir nur die eine ebene abgraben wir wollen ja trotzdem energie sparen oder energie efficient vorgehen hier in diesem gebiet wenn es ausschaut haben wir hier drüben die kohle raus gegraben oder ja hier drüben ist die kohle raus super also das kann ich erstmal weg wir haben immer noch so ein bisschen kohle rest das stört mich noch so ein bisschen aber das werden wir noch alles unter kontrolle kriegen hier zum beispiel auch noch das mag ich nicht ich mag diese kohle reste nicht die hier überall drin rumhängen fühle mich schon wieder schlecht tja aber hier sollte man dann ja hier graben wir das alles auf shared obwohl es ist wahrscheinlich sogar zwei wirklich schlauer warum tue ich jetzt mit pfeiltasten dann können wir uns offiziell mal für den output um möbel kümmern gut möbel ist ja relativ easy von der produktion zum glück her wir nehmen uns jetzt einfach mal hier zwei stück und dann brauchen wir holz von da oben ich stelle euch gleich mal ein ihr sollt möbel produzieren möbel 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 haushaltswaren hier haushaltswaren glas ding und jenes zum glück haben wir glas gerade eben an die anlage angeschlossen ne gut bedeutet wir werden jetzt hier ein u-förmiges flacher zweiterband nehmen ich werde die original warte nicht so geht doch jetzt hat es gerade gar nicht reagiert lol und dann das so anschließen gut dann muss ich noch holz und stahl muss jetzt wieder rausholen wo ich den stahl zu erlaub stahl er schaut mir nach der untersten line hier aus so und so und so und holz war oberste line hier richtig ja holz ist hier oben gut gut also jetzt muss ich die erst rotieren noch das förderband so okay okay und dann ist das simple teil hier fertig und wir schicken für das erste mal die haushaltsmöbel hier in ein stück lager rein das wir hier hinsetzen einfach weil wir es können einfach weil wir es können ähm gut ist jetzt zwar platzverschwendung aber das ist ja das in den das hier denn so ein slot kriegt naja die zwei produktionen stehen schon super ich bin mir noch mit überlegen wo wir zur hölle jetzt die erden pflanzen anfangen ja sehr cool ist wieder da wie blöd das ist super das verkippen funktioniert auch grandios da sind wir jetzt auch schon an der grenze glaube ich die wir die wir uns geplant hatten ja für das erste ist das die grenze gewesen boah das funktioniert echt super also das ist mit den großen maschinen echt delikatesse ich will mir überlegen ob ich einen zweiten trupp noch aufbaue schnell mit einem bagger und einem lkw oder so der sich jetzt darum kümmert dass das hier schon planiert wird und dass wir dann hier die erde abkippen können oder sowas aber im endeffekt ist wir müssen hier rüber auch überall mir ist auch ehrlich gesagt irgendwie die die das holz da oben jetzt wurscht weil mai ist halt so wir wollen eh unser eigenes anpflanzen ok jetzt wird es interessant was ist jetzt los hat keine bäume zu ernten ok das ist natürlich interesting bedeutet wir sind jetzt an der kapazitätsgrenze angekommen wir haben jetzt offiziell die kapazität erreicht und wir haben zwei planter jetzt wird das ganze sich nach unten bewegen wird man wahrscheinlich hier auch merken ja das holz ist fast weg jetzt wird das ganze sinken anfangen und zwar merklich glaube ich ok einfach um ordentlich zu sein werden wir das jetzt hier mit zwei machen noch so Einfach damit es schön ausgemeint ist Meckert er hier noch? Nein, super, dann können wir das nicht auch wieder aufhören zu machen Ich will bloß, dass die Minenflecken weg sind Der Rest ist mir total wurscht Da würde ich noch mal überlegen, wenn wir es im Krieg Das ist unsere Hauptminion, die arbeitet gerade sehr, sehr schön Ich bin gerade beim überlegen, wenn statt dieses Gebiet abzugraben Erstmal nach hier hinten anfangen abzugraben Ja, ich könnte die hohe Fläche verwenden und sowieso Aber ich hätte es gerne flach Einfach flach Und die Fläche haben wir schon prädestiniert einfach leer geräumt Und wenn wir hier noch für das erste verkippen Aber ich weiß es nicht Entweder wir tun es hier vorne Wo wir unsere Arbeitsfläche haben Das wäre der kürzeste Weg Oder wir setzen es nach hier oben Und tun es da einlagern Das ist wieder so bescheuert Ich würde trotzdem gerne jetzt noch einen Bagger von denen haben Noch einen Bagger und noch einen LKW Eigentlich 1 zu 2 immer, ne? So was Gut, Forschung ist jetzt auch fürs erste Mal vorbei Das wird auch mal fürs erste so bleiben Wo fährt der jetzt hin? Tanken, okay Wollt mich schon beschweren Wollt mich schon beschweren Ja, aber Kohle schaut wieder gut aus In dem Fall zum Beispiel Ja, jetzt sind sie halt Immer so ein bisschen hinterher, ne? Jetzt sind wir dann wieder 1, 2 Bäumchen Nur Ne? Das ist nicht ausreichend, eine Anlage Ist es nicht Ist es absolut nicht Wir sehen es genau in diesem Projekt jetzt hier gerade Es ist nicht funktional Es ist zwar schön und hinterher, aber Wir kommen von der Masse aktuell nicht hinterher Der hat eigentlich auch immer Megawatt gespeichert, ne? Der hat fast 600 Megawatt gespeichert Holy shit, okay Den Dampf wandeln wir wieder um Ob man da nicht schlauerweise irgendwas mit Wasser macht Können doch jetzt mittlerweile Drucklosen Dampf auch verarbeiten, oder? War da nicht was, dass wir Drucklosen Dampf in Zur Wasserproduktion nutzen können jetzt? 24 Druckluft macht 33 Wasser Äh 24 Druckloser Dampf macht 33 Wasser Ist nicht viel, aber ist immer ein Etwas Du nimmst 86 Drucklosen Dampf und machst 72 Wasser draus 24 Mal kurz rechnen Für was haben wir ein gutes Handy, ne? Dann machen wir uns mal das Gedankengeleichter Also viermal könnte ich das betreiben Ich krieg raus 72 Wasser Bedeutet mit dem hier wiederum Hier krieg ich viel mehr raus Ich krieg 132 raus Wäre effektiver, ne? Ich würde viel mehr Wasser rauskriegen Und das pro Minute Wie viel brauchen die zum Betreiben? Könnte das rein theoretisch schreißen Um das in einen endlichen Kreislauf zu machen Von Wasser her? Oder eher so knapp nur? Wäre natürlich eine effiziente Sache Wie viel Drucklosen Druckloses Wasser machen wir pro Minute hier? Also mindestens Pro Minute Zwei Druckloses Wasser Weil ich kann damit Vier von den Anlagen Ohne Probleme bearbeiten Ohne Probleme Das wäre eine geniale Sache Auf der anderen Seite zu probieren Wenn wir damit wirklich Das machen können Wäre das super Wir brauchen halt Jo, okay, so viel Wasser brauchen wir auch nicht Weil natürlich wir das Drucklose Wasser mitverwenden Das stimmt schon Im Verhältnis brauchen wir weniger Wasser Und wir kriegen weniger Sohle raus Macht alles sehr effektiv für uns Wir kriegen hier 108 raus Wir brauchen 15 Ich komme gerade mal auf die 60 pro Anlage Weil eine von denen reicht für zwei Für eine Anlage Locker Ist nicht schlecht Das ist vielleicht für den Umbau Und keine blöde Idee Das so umzubauen Dass man hier Das Drucklose in eine Separate Anlage bringt Die Wasser wiederherstellt Was ist dein Wunsch Schon wieder nach da hinten zu fahren Oh, und das entleert auch keiner Weißt was, wir tun dir deinen Wunsch mal erfüllen Wir machen jetzt hier vorne ein kleines Tankerl hin Einen kleinen Flüssigkeitsspeicher Oh, die steht okay in Rohr 3 Okay, das ist ein bisschen übertrieben Aber meinetwegen Dann machen wir jetzt aus und aus Dann setzen wir das hier vorne auf Leeren Weißt du jetzt auch, was hat sich schon Backlogged Jetzt müsste es nur jemand abholen Wo ist denn der Hiopai, wenn man braucht? Wir haben so viel saures Wasser, dass die Anlage ist mittlerweile nicht mehr auf die Reihe Ne, nur, hä? So, wait, was? Ammoniak reicht nicht aus, um die Anlage zu betreiben zufällig, oder? Schaut so aus, ne? Wir müssen jetzt echt eine separate Anlage in der nächsten Folge machen Wir pausieren das jetzt Beim nächsten Mal tun wir beim Pausieren Die neue saures Wasseranlage Bauen für Dünger Tun die ein bisschen umdesignen Und dann sollte das schon ganz schön gut klappen Ich hoffe, dass es gefallen Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da Abonniert, wenn ihr noch nicht habt Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Also, bis dann Ciao